Dimensionen Der Reichtum könnte jeden Moment eintreten, auch an diesem Donnerstagvormittag. In einem dunkelgrün gestrichenen Flachbau starren sieben Männer auf Bildschirme, Bargeld und Wettscheine in der Hand. Sie hoffen aufs schnelle Geld. Ein digitales Roulette-Rad dreht sich, die Kugel hüpft langsam weiter. Die übertrieben gespielte Freude gilt mir. Ich habe mitgewettet. 300 Malawi-Quatcha auf schwarz, gerade mal 16 Cent. 32 Cent habe ich gewonnen, meinen Einsatz verdoppelt. Das ich zuvor schon auf Rot gesetzt hatte und alles verloren habe, schon vergessen. Kurz darauf die nächste digitale Drehung. Alle paar Minuten geht das so. Der grüne Flachbau ist eines von hunderten Wettbüros der Firma Premierbed in Malawi. Die Männer setzen aufs digitale Roulette, das sie nur Spin nennen oder auf reale Fussballspiele. Suchtgeschäfte. Glücksspiel in Afrika. Von Benjamin Breitsecker. Wir versuchen es jeden Tag. Wetten jeden Tag. Wir hoffen, dass sich unser Leben verbessert, verstehst du? Obwohl wir die meiste Zeit Geld verlieren, versuchen wir es weiter. Vielleicht schaffen wir es ja einmal. Erzählt mir an einem anderen Tag Isaac Galetta, 33 Jahre alt. Er ist gut gelaunt, hat gerade nichts zu tun. Als Mechaniker in der Werkstatt seines Vaters verdient er nur Geld, wenn ihn jemand anruft für einen Job. Ein regelmäßiges Einkommen hat er nicht, wie die meisten seiner Freunde. Für sie alle gehört der tägliche Besuch in den Wettbüros zum Alltag. Galetta selbst wettet seit mittlerweile elf Jahren. Setzt dann oft auf Inter Mailand, auch wenn er die gegnerische Mannschaft nicht kennt. Ich setze meist so ab 500 Quatscher, knapp 30 Cent. Ich meine, man kann schon ab 8 Cent wetten. Aber ich versuche es meistens mit einem höheren Einsatz. Je mehr ich wette, desto höher mein Gewinn. Verstehst du? Hier in Malawi, in Südostafrika, wird es den Zockern leicht gemacht. Das nächste Premier-Bed-Wettbüro ist nie weit entfernt. Die Werbung dafür allgegenwärtig. Über die Hauptstadt Lilongwe verteilt, versprechen LKW große Werbeflächen 100% Sportsbonus, wenn sich die neuen Kunden online registrieren. An Straßen wie dem Independence Drive hängt an jedem Strommast dasselbe Plakat, 6-7 Mal hintereinander. Und nichts, so scheint es, wird in dem 22-Millionen-Land häufiger beworben, als das Versprechen aufs schnelle Geld. The best just got better. Sagt in der Premier-Bed-Werbung einer der berühmtesten Fußballstars Afrikas, Didier Drogba, früher in London bei Chelsea unter Vertrag. Für Wettfirmen und Online-Casinos sind afrikanische Länder lohnende Märkte, noch wenig reguliert, mit schwachen Kontrollen. Hunderte Millionen junger Menschen, die immer mehr Smartphones besitzen, sind potenzielle neue Kunden. Online sollen 2024, je nach Schätzung, grob zwischen 2 und 5 Milliarden Euro auf dem Kontinent umgesetzt werden. Im Europa-Vergleich zwar wenig, doch der Markt wächst. Du kannst zu Premier-Bed gehen und dort deine Wettscheine abholen. Oder direkt am Smartphone wetten. 10, 30 oder 60 Cent pro Wette, das klingt nicht viel. Aber Malawi, bekannt vor allem für seine Tabakexporte, zählt laut den Vereinten Nationen zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Mehr als zwei Drittel der Einwohner leben unter der internationalen Armutsgrenze von 2 Euro pro Tag. Wie Isaac Galetta treibt die meisten Wettenden daher die Hoffnung auf den großen Gewinn. Die Hoffnung, zu den wenigen Glücklichen zu zählen, die die Wettfirmen ins Rampenlicht stellen, über die die lokalen Zeitungen immer berichten. Seltener schreiben sie über die Spielsüchtigen. Es gibt da eine Hotline, die kann man anrufen. Wenn man zu viel Geld verliert und zu viel darüber nachdenkt, wirkt sich das auf die Psyche aus. Dann kann man sich Hilfe holen. Isaac Galetta hält sich nicht für spielsüchtig. Andere würden sich Geld leihen oder stehlen, um Wetten absetzen zu können. Das sei problematisch. Er hingegen verwette nur sein eigenes Geld. Seine Gewinne in elf Jahren? Immer wieder mal zwei oder drei Euro. Einmal habe er acht Euro gewonnen. So viel, wie er in der vergangenen Woche verspielt hat. Das erfährt man erst, wenn man nachhakt und selbst nachrechnet. Ich habe mir meine Verluste nie ausgerechnet, keine Ahnung. Aber du erinnerst mich daran, dass ich das auch nicht will. Das wäre schmerzhaft. Ich will mir eher ausrechnen, was ich gewinnen kann und nicht, was ich verliere. Auf Interviewanfragen der Dimensionen hat die Wettfirma Premierbet vor Ort mit einer Absage reagiert. Mit der Nationalen Glücksspielbehörde in Malawi kam erst Wochen später ein Online-Interview zustande. Rachel Mijiga leitet die Malawi Gaming and Lotteries Authority. Vor zwei Jahren waren wir elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt sind wir 30. Und je weiter wir wachsen, desto mehr Menschen werden vor Ort sein und das geltende Gesetz durchsetzen. Verspricht sie. Was sie im Gespräch auch sagt? Die Steuereinnahmen lägen derzeit bei rund 5 Millionen US-Dollar. Ihr Job ist es auch, das Land noch attraktiver zu machen für die Glücksspielindustrie. Wir haben eine wunderschöne Insel namens Likoma. Das ist eine wunderbare Gelegenheit für jeden Investor da draußen, in ein Mini-Macao, ein Mini-Las Vegas zu investieren. Das soll auch Touristen nach Malawi locken. Wie viele Menschen im Land spielsüchtig sind, wisse die Behörde nicht. Aber, so Rachel Mijiga, man übernehme die Behandlungskosten für einige Betroffene. Wer mehr über die Folgen der Spielsucht erfahren will, ist im St. John of God richtig. Ein privates Krankenhaus. Das einzige in Malawi, das sich um Spielsüchtige kümmert. Tabitha Zule arbeitet dort als Suchtexpertin. Das Problem ist groß, aber die Behandlung hier kostet Geld und nur sehr wenige Fälle melden sich bei uns. Aus finanziellen Gründen und auch, weil es an Bewusstsein fehlt, dass Glücksspiel zum Problem werden kann, zur Krankheit, die behandelt werden muss, die eine Therapie braucht. Auf Nachfrage erfahre ich, gerade mal zwei Patienten sind derzeit wegen Spielsucht in Behandlung. Die anderen Fälle sind Alkohol- und Drogensüchtige. Vier Wochen dauere die Therapie, die mehr als 200 Euro kostet. Wie riesig das Problem im Land wirklich ist, lässt Tabitha Zule durchblicken. Zwar gebe es keine offiziellen Statistiken, aber für eine Studie seien bereits Kinder ab zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene bis 35 befragt worden. In einer Region Malawis wette demnach bereits jede zweite Person dieser Gruppe. Kann das sein? Der Sozialwissenschaftler Junius Mabo Sichali versichert, das sei realistisch. Ich treffe den 36-Jährigen in einem günstigen Mittagslokal einer staubigen Straße, die durch ein weitläufiges Viertel Lelongvis führt. Sichali beschäftigt sich seit längerem mit Glücksspiel. Für seine Doktorarbeit an der University of Bath in Großbritannien untersucht er, wie Firmen in Sub-Sahara-Afrika dafür werben. Aggressiv nennt er die Werbemethoden in Malawi. Die allgegenwärtigen Poster, die regelmäßigen E-Mails und SMS, die einen daran erinnern, wieder eine Wette zu platzieren. Wettfirmen sponsern Vereine. Prominente Sportler und Musiker werben für sie. Es gebe schlicht kein Entkommen. Für die Reichen ist es Freizeitvergnügen, Unterhaltung, aber für die Armen nicht. Die sehen Glücksspiel als Einkommensquelle, als Möglichkeit Geld zu verdienen. Schau dir die Wettbüros an. Die sind hier, in diesen Gegenden, nicht in den wohlhabenden Gegenden. Die Armen glauben, damit verdiene man Geld, das einem helfen wird. Sie träumen von einem besseren Leben. Natürlich passiere oft das Gegenteil. Spieler verlieren ihr gesamtes Geld, verlieren geborgtes Geld. Konflikte in Familien brechen aus und Ehen auseinander. Spieler werden depressiv. Und immer wieder nehmen sich Menschen das Leben aufgrund von Verschuldung, Scham, Hoffnungslosigkeit. Junius Mabu Sichali hat selbst zum Suizid eines erst 16-Jährigen geforscht. In Malawi sind es vor allem Männer, die dem Glücksspiel verfallen. Aber wir sehen auch, dass zuletzt immer mehr Frauen mitmachen. Eine von ihnen ist Atupelem Kandawiri. Bunter Wickelrock, hochgesteckte Haare. Sie wohnt in einer Hütte mit Wellblechdach in einem ruhigen Viertel der malawischen Hauptstadt Lilongwes. Fürs Gespräch setzen wir uns auf Hocker in den Schatten eines Baumes, weg von den Nachbarn. 2022 habe ich mit dem Wetten angefangen. Ich hatte ein kleines Geschäft und mein Plan war es zu vergrößern mit dem Geld, das ich durchs Wetten gewinne. Aber leider habe ich dann alle Profite in Wettscheine gesteckt und verspielt. Und heute habe ich dadurch sogar mein Geschäft verloren. Erzählt sie in ihrer Muttersprache Chichewa. Sie spricht ruhig und überlegt. 34 Jahre alt ist sie, hat einen Sohn, der eigentlich in die Secondary School gehen sollte. Eine weiterführende Schule. Doch jetzt kann Atupelem Kandawiri die Schulgebühren nicht mehr stemmen. Sie schaut auf den staubigen Boden. Am Rande des Grundstücks, direkt an der rumpeligen Asphaltstraße, hatte sie bis vor wenigen Monaten noch einen Stand, verkaufte Tomaten, Süßkartoffeln und Bier und verdiente gut 16 Euro jeden Tag. Dann begann sie am Nachmittag, das Geld zu verspielen, das sie am Vormittag verdient hatte. Meine Familie war dagegen und sie hat mich dafür gehasst. Aber ich konnte nicht mehr aufhören, weil ich immer hoffte, eines Tages zu gewinnen. Heute habe ich nichts mehr, auf das ich mich stützen kann. Ich bin jetzt abhängig von dem Geld, das mir meine Familie gibt. Atupelem Kandawiri wettete auf Fußballspiele, obwohl sie vom Sport nichts verstehe. Vertraute auf die Tipps anderer. Verzockte ihre Tageseinnahmen auch beim digitalen Roulette, das auf den Bildschirmen der Wettbüros in Dauerschleife läuft. In der Fachzeitschrift Health Promotion International heißt es, Die kommerzielle Glücksspielindustrie hat sich zu einer der innovativsten gesundheitsschädigenden Industrien der letzten Zeit entwickelt. Sie wendet dieselben Taktiken an wie schon die Tabak- und Alkoholindustrie. Internationale Gesundheitsexpertinnen und Experten plädieren daher, Glücksspiel ähnlich stark zu regulieren. Erst im Oktober 2024 hat eine Kommission der Fachzeitschrift The Lancet einen 45-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem sie vor erheblichen Schäden für die Gesundheit waren. 80 Millionen Menschen weltweit seien abhängig vom Glücksspiel. In Malawi ist das Problem besonders sichtbar. Niemand weiß darüber wohl besser Bescheid als Chris Bunn. Der Soziologie-Professor forscht an der Universität Glasgow. Er hat am The Lancet-Bericht mitgearbeitet und auch in Malawi geforscht. Seit einigen Jahren, wahrscheinlich schon seit mehr als einem Jahrzehnt, betrachtet die Branche Afrika sehr wohlwollend als ein Wachstumsgebiet. Generell sind für die Branche Regionen äußerst interessant, in denen es wenig Regulierung und wenig Durchsetzung der Gesetze gibt, weil das ihre Aktivitäten viel einfacher macht. Chris Bunn und seine Kolleginnen und Kollegen haben das in einer vergleichenden Policy-Analyse untersucht. Sie zeigt, von 41 Ländern in Sub-Sahara-Afrika, in denen Glücksspiel erlaubt ist, regulierten nur 15 Online-Glücksspiel. Und in diesem Bereich seien die gesundheitsschädlichsten Produkte zu finden. Dauernd verfügbar, anonym und schnell zu spielen. Und die Glücksspielindustrie wisse genau, welchen gesundheitlichen Schaden sie anrechte. Dem schenken wir in der Wissenschaft mehr Aufmerksamkeit. Oft handelt es sich um Addiction by Design. Die Produkte sollen süchtig machen. Sie sind so gestaltet, dass sie die Spieler zum wiederholten Spielen anregen und verleiten. Die Glücksspielindustrie hat eine sehr genaue Vorstellung davon, was sie tut. Und sie weiß, wie sie die Spieleinsätze der Kunden maximieren kann. Der Soziologe findet dafür deutliche Worte. Das scheint eine Form des Neokolonialismus zu sein. Denn die westeuropäischen Länder profitieren in erheblichem Maße vom Export dieses Produkts nach Sub-Sahara-Afrika, in Länder wie Malawi. Denen, die nach Geld streben, um ihre Lebensperspektiven zu ändern, verkaufen sie eines. Hoffnung. Mit Produkten, die so konzipiert sind, dass sie süchtig machen. In Malawi finden sich dafür Beispiele. Sehr beliebte Online-Casino-Spiele sind etwa Navigator und Aviator. Die Herstellerfirmen sitzen in Europa. Beide Firmen haben auf Interviewanfragen der Dimensionen nicht reagiert. Die Spiele sind sogenannte Crash-Games. Ein Flugzeug fliegt immer höher. Der eigene Einsatz vervielfacht sich. Jederzeit kann man Auszahlen klicken. Doch irgendwann fliegt das Flugzeug weg und der Einsatz ist verspielt. Oft schneller, als man klicken kann. Wer hier Geld verzockt, tut das meist anonym. Ob Erwachsener oder Kind, wird nicht überprüft. Zur Online-Anmeldung muss man sich nicht ausweisen, auch keinen richtigen Namen angeben. Allerdings müsse jede SIM-Karte auf einen Erwachsenen registriert sein, so die Glücksspielbehörde in Malawi. Bei Sportwetten muss man aufs Ende des Spiels warten. Sagen wir, du wettest auf 15 Spiele, die passieren in einer Woche. Dann musst du die ganze Woche warten, bis du dein Geld bekommst. Das hier geht viel schneller. Erklärt der Malawi-Er Marc Gansen. Ich treffe den 24-Jährigen in einer Arbeitspause. Im Auto unterhalten wir uns. Gansen hilft in einem Geschäft mit und verkauft nebenbei gebrauchte Handys aus China. Er sagt, er verdiene damit nur umgerechnet rund 37 Euro im Monat. Nicht genug zum Leben. Deswegen setzt er aufs Handy-Flugzeug-Glücksspiel. Eine Wette ist schnell platziert. 10, 20 Sekunden, manchmal 30 dauert es. Dann geht es von vorne los. Wer Lust hat, kann vier verschiedene automatische Auszahlungspunkte bestimmen und automatisch wetten und muss dann nur mehr zuschauen. Ein Feature, das Marc Gansen gefällt. Das in anderen Ländern jedoch verboten ist. Wenn du gewinnst, dann genießt du es. Aber wenn du verlierst, dann leidest du. Der junge Malawi-Er sagt von sich, dass er spielsüchtig sei. Zwar habe er mal einen hohen Betrag gewonnen, aber in den vergangenen Jahren insgesamt mehr Geld verspielt. So funktioniert das Geschäft mit der Hoffnung. In Malawi, einem der ärmsten Länder der Welt, weiß die Glücksspielindustrie, wie diese Hoffnung zu Geld gemacht werden kann. Geht es auch anders? Wie sieht es in anderen afrikanischen Ländern aus? Wer sich Studien über Trends in der Gesetzgebung ansieht, erkennt, ein Land sticht positiv heraus. Botswana, ebenfalls im südlichen Afrika, ein paar Flugstunden südwestlich von Malawi gelegen und deutlich wohlhabender. Zwar gibt es hier etwa auch keine Verpflichtung, dass die Glücksspielindustrie ihre Daten mit der Forschung teilt, doch es gibt Awareness-Kampagnen. Der Staat reguliert das Marketing für Glücksspielprodukte. Auf einem Feld außerhalb Botswanas Hauptstadt, Gaborone, findet eine Messe statt. Ein Minister ist anwesend, Firmen präsentieren ihre Produkte und auch die Glücksspielbehörde des Landes hat ihren eigenen Stand. Aufklärung sei wichtig, sagt der Chef der Glücksspielbehörde Peter Cassett-Hilway im Interview mit den Dimensionen. Fünf Prozent des Bruttoeinkommens von Casinos fließen in ein Programm, das sich dem verantwortungsvollen Spielen widmet. Bis jetzt haben wir mehr als 200 Dörfer damit erreicht. In fünf Jahren, so der Behördenleiter, will man in 500 Dörfern gewesen sein. Derzeit befindet sich mein Team im Süden des Landes. Sie sind den ganzen Monat über dort. Es ist eine abgelegene Gegend. Man kann jetzt sagen, dort gibt es keine Casinos. Aber man darf nicht vergessen, dass dort mal Spielautomaten aufgestellt werden. Noch hat das Land keine Lizenzen für Online-Spiele vergeben. Aber das ändert sich gerade. In Botswana haben wir seit 50 Jahren Casinos. Aber die Sache ist die, es werden ja neue Wettformen eingeführt. SMS-Wettbewerbe, Bingo, andere Formen des Glücksspiels, die in unserem Glücksspielgesetz aufgelistet sind. Wir fördern frühzeitig verantwortungsbewusstes Glücksspiel, dass, wenn eben neue Online-Lizenzen kommen, wir die Öffentlichkeit über die Vor- und Nachteile des Glücksspiels aufgeklärt haben. Diese neuen Online-Angebotenen Glücksspiele wolle man dann auch kontrollieren. Wir führen ein sogenanntes zentrales elektronisches Überwachungssystem ein. Es wird also mit allen Glücksspielsoftware-Angeboten und Geräten verbunden sein. So können wir in Echtzeit sehen, was online passiert und auch was in den Casinos passiert. Auf der Rückfahrt vom Interview in die Hauptstadt Gaborone deutet nichts darauf hin, dass Glücksspiel hier in Botswana populär wäre. Keine Plakate, die Online-Spiele oder Boni bewerben wie in Malawi. Im Casino selbst wird der Ausweis kontrolliert. Man muss mindestens 21 Jahre alt sein, sich registrieren. Und der Besuch ist nicht günstig. Zurück in Malawi. Dort sollen die Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner Lilongwes von großen Chancen auf hohe Gewinne träumen. 100% Bonus. 750% Bonus. Bis zu 10.000% Bonus, versprechen ihnen die Straßenplakate. Abschlussfrage an den Sozialwissenschaftler Junius Mabu Sichali. Wie kann man das problematische und pathologische Spielen eindämmen? Seine Antwort, dazu müsste man das ganze Thema Glücksspiel anders betrachten. Selbst das von der Glücksspielindustrie und Behörden beworbene verantwortungsvolle Spielen greife zu kurz. Die Industrie könne nicht abhängig machende Produkte schaffen, dafür werben und dann sagen, selbst schuld, wenn du süchtig wirst. Spiel doch verantwortungsvoll. Es bräuchte einen Ansatz für die öffentliche Gesundheit. Wie bei der Covid-Pandemie. Dort wurden alle involviert. Es gab massive Anstrengungen, um klarzumachen, das ist ein Problem von uns allen. Beim Glücksspiel kennen viele die Risiken gar nicht. Und die Größe des Problems, dass es zur Sucht führen kann. In der Corona-Pandemie haben alle darüber gesprochen. In der Politik, dem Gesundheitsbereich, der Gemeindearbeit. Man hat gesagt, lasst uns das Problem gemeinsam bekämpfen. Und hat dann schrittweise gehandelt. Suchtgeschäfte. Glücksspiel in Afrika. Von Benjamin Breitecker. Die Recherche wurde gefördert durch ein Stipendium des European Journalism Center. Gesprochen hat Til Ferit. Die Übersetzungen lasen Ursula Scheidle, Esther Holoschi, Julia Gindl, Armin Stadler, Michael Köppel, Raphael Sass, Robert B. Fischmann, Thomas Strobl und Nina Strehlein. Redaktion Armin Stadler